So, zweimal rausgeflogen. Welch geht es jetzt? Wieso? Wie sieht es aus mit Teamfight hier drin? Ich bin vollstet. Vergessen. Ich glaube es ist verbuggt, weil ich F10 ist da ja ins Menü. Der Server ist voraus, das ist cool. Jetzt müssen wir mal zuschauen, wie so ein Reconnect aussieht. Oh, und die hat nicht geskillt, sehr nett. Sehr nett. Sehr nett. Das ist dauerst nicht. Aua, das hat sich hier ein Problem. Scheiß Teil. Gegen Folgen wird es anstrengend. Du meinst dann treffen müssen, das ist alles. Müssen wir hier hin oder was? Geh immer ruhig wieder hoch. Ich bleibe kurz. FIX! Okay, ich fIX selber. Ne, weg, weg, weg. Doch ein Port. Oh, so knapp. Oh, ich muss mal weg. Das ist kacke, wenn du mitten auf der Lane anfängst. Im Ende mitten auf dem Scheuern. Und natürlich nimmt er den Bock wieder nicht. Oh Mann, oh Mann. Ich will nicht mit dem Pferd rumrennen. Ich will den Bock. Weil Bock Bock macht. Ja. Die Tempel sind von meiner Magie erfüllt. Lass da. Lass da. Lass da. Halt. Ja, nein. Nein, nein. Nein, 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 nein. So krass leist die Heal. Sicher doch. So bin ich. Oh Mann, was weiß ich. Ich bin da. 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 Ja ich bin gleich, ich trage sie noch mit. Habt ihr jetzt allein, dann geh ich die Mitte abfahren. Na, ich kann mal hoch. Wohl. Ne, ich fahre wieder. Also mit der Katten... Ja, voll nice. Austin ist angesprungen. Perfekt. Ich war gerade so richtig ruhig. Lass mal an, dass Grage leeft, äh, Grage getet. Leeft. Danke Diablo, dass meine Heilung akzeptabel ist. Das nächste Mal heil ich dich nicht mehr, wenn es nur akzeptabel ist. Die Lanes. Weil wir einen richtig hart dominiert eben. Hat man ja kaum gesehen, die Dominanz. Macht mal das Lagerungskamp links und rechts. Fangen schon mal links an. Ich bin oben halt alleine und alleine mach ich's halt nicht. Also nicht mit dem Champion. Mit Edithan wär's kein Problem. Mein Main. Nein. Sie haben das Tempel gemacht. War klar. Können sie doch. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Komm mal. Gleit down. Du auch. Ja, ich sollte zurück. Du ein. Das ist ein Idiot, Alter, dass er das nicht gerafft hat. Ich hätte mich so locker weg... ...dereck nuken können. ...dereck nuken können. Na ja, übel. Na ja, übel. Na ja, übel. Na ja, übel. Okay, gerade wie mehr fangen könntest du. Egal, ist doch gleich der gleiche. Ich könnte auch hier oben Hilfe gebrauchen. Ja, kurz, aber... Aber nächste, nächste Freie kommt vielleicht. Aber ja, wir sind jetzt mit denen zu oben. Alles gut. Da stehst du ja unteren Schlein, ne? Ja. So, und zwar geht's in Bindspiel, wo das drum ist, dass man hier die Schreine einnimmt. Und die ballern dann mit geilen, wirklich fetten Laser auf Beute. Ja, ist doch klar. Oh Gott, nehmen wir die auseinander. Die dominieren so hart momentan. Noch kein einziger Tod. War aber jeweils knapp. So, ich komm noch mal runter zu euch. Wohl, ne, ich push einfach oben weiter. Ja, push weiter oben. Nicht echt, ich bin eh zu weit weg. Ich bin eh zu weit weg. Ah, der eine ist da oben. Da passt es ja. Und, jetzt kommen Gänge. So, angreifen hier, was kann. Da bleibt mal kurz weg. So, angreifen hier, was kann. So, und jetzt können wir killen. Nee. Oh Diablo, wir haben so wenig Leben. Jetzt kommst du besser mal runter. Hm. Hm. Ne, ich bin schon dabei. Heile mich. Oder hab mich geheilt. Oh, die Hanna. Sollte wir so wieder nicht tanken. Ja. Ich hab keine Ulti, die hab ich schon gemacht schon. Ich sag's nur, falls Teamfight ist. Nicht. Natürlich. Ich geh zurück. Ich geh zurück. Ich hab den. 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 Wähle einen. Tal. Gerne doch. Fuck. Jens, das ist so creepy hier. Okay. Weil die sind zu dritt unten. Ach, weil wir vier Level übernommen sind. Und die noch K. Und die noch K. Wir sollten uns beeilen. Ich bin Obe. Ich bin auch Obe. Geh ich runter. Alles klar. Ja, das passt. Elf Diablo. Jo. Einer kommt. Asmodan. Ja, der hinten das Ding ist. Ja, der Ding kommt. Vollstatt ist oben. Ja, Vollstatt hab ich schon längst gefressen. Ich komm jetzt auch. Ich war jetzt das Ding wieder eingenommen, damit wir wissen, wann sie kommt. Ja. Feikos hilft uns. Nice. Nice. Aber ein Heal wär das schön. Ja, ja klar. Super. Ich hoffe, jemand wird das schwer vermissen. Oh. Da ist ja jemand. Oh. Verkacke. Sorry. Ach schade. Schade. Ich hab meinen Stunt total verkacke, wo sie an der Stelle stand. Ach ja. Unsecure ist durch, oben geht durch. Weil mir noch alles war, wenn wir noch alle warten. Okay, ist alles okay. Jetzt die Frontbrecher kamen. Ja. Nur das Rechte da mit dem Fahrtrick. Ich bin auf dem Weg. Wir haben ein kleines Problem. Ja, dann geht weg. Hast du deine Ulti? Nee, ich hab's ja schon gesetzt gehabt. Dank für mich, Mann. Hm. Fuck. Ich hab keine Acht drauf gehabt. Vielleicht hatte ich auch Ulti gehabt und hab's verkackt. So krass. Jetzt schön die Frontbrecher-Camps. Dies ist das Ende. Vielleicht sollten alle aufhaltbar. Ja. Jemand zu mir. Superfart. Ich komme unten auf. Ja. 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 Und dann gehe ich halt top, ist doch scheißegal. Ich meine, dass es top für die Ghula ist. Guten Tag, äh, werte Freunde des Gesangsvereins. Lass danach den Boss machen. Nö. Komm los. Man muss, sobald die 5 Super-Ships kommen, kann man runtergehen. Boah, da ist doch grad er runtergerät. Ja, ich hab mich aber auf mein Pferd gesetzt, dann bewege ich mich nicht, logischerweise. Wollt ihr es dir nur sagen. Das weiß ich doch. Guck mal, da ist jemand. Ich hab was getötet. Oh. Ha. Was denn? Der hat Damage. H2-Mine. Woop. Stärkste, was ich hab. Guck mal, ich hab hier was. Guck mal, hab ich gestunt. Guck mal, hab ich geheilt. Oh, jetzt hast du... Das ist toll. Besser wie zu sterben. Ich hätte gut Damage gemacht. Und ich bin gestorben trotzdem durch die Aktion. Boah, da brauchst du nicht die Gegner, oder? Yeah! Da sind Valla komplett nicht am Wasser. Du solltest weg. Ah, danke. Lasten, Lasten, Boss. Das ist auf Gebäck, Jens. Robbenbrunnen. Toplane-Push ziemlich hart. As-Modern. Nice. Der verdammte Fall gemacht so viel Damage. Wir haben eine Unterstützung gebrauchen. Dann. Fahrzeug. Soll ich top kommen? Ja, okay. Das ist der mittlere. Ja, ne wirklich, aber es ist gar top von mir aus gesehen. Du weißt, was ich meine. Du weißt auch, was ich meine. Du musst mich verbessern. Ja, das musste Hugs sein. Ja, und ich? D. Oh, guck mal wer da ist. Ach, D. Oh, scheiße. Oh, toll. Ja, ich mach nur alle AOEs da rein. Aber gut. Stunze halt, dass sie keinen Schaden kriegen. Ah, das gibt's ja eh meine Schuld. Oh, da ist das nicht weg. Das ist ein Schaden. Das ist nicht weg. Das ist nicht weg. Das ist nicht weg. Das ist nicht weg. Machen kann. Leiste unseren Verbündeten Beistand. Also viele Leute, die wissen, warum ich mich jetzt gerade beschwert habe, ist, dass der Koko, der Zeratul, der Ultikan, der alles im kleinen Gebiet Stunt, also nicht Stunt, sondern Bewegungsunfähig macht, die können auch nicht mal angezielt werden. Und solange es noch nicht gemaxed hat, ist es für Freund und Feind. Ja, Schaden können sie trotzdem nicht nehmen. Sagen ich doch, die kriegen keinen Schaden. Auch wenn ich es gemaxed habe. Ja, hab ich nicht gesagt, dass es dann besser ist. Ich hab nur gesagt, dann kann man sich wieder bewegen. politisch mitbek 74, 36, 39, 80, 10, 18, 20, 22, ethnicity o-, schade zu verbacks haben. Ja, diese Technik bet ist schade. Ich hab etwas Gedanken bringt. Was ist das? Was schon lebe. Ich versteh nicht warum man sich zu aufgespüttet hat. Ich versteh jetzt auch nicht warum es... Da stehst du ab, wenn du nicht verweist. Naja, der Boss kann durch. Ja, dir nicht zu zweit führen. Naja, doch nicht. Der Boss geht auf den Nexus. Doch nicht. Aber gleich. Jetzt! Hm, gegnerischen Minions rennen zurück. Ich glaub nur Asmodan geht nach oben. Dann rennen jetzt alle nach oben. Ja. Einfach hoch. Sonst verdreht, weiterspiele. Was? Stirb Asmodan. Wir sterben. Ich hätte einen kleinen Heal gebraucht. Kann eine Teile. Ja. Ausnahmsweise. Jetzt durchbushen. Und? Sind sie okay? Ich hab hier noch was. Ich hab hier noch was. Auswinds. Ich danke euch für eure Heal. Ich versuche ihn gleich rauszuziehen. Hier. So sei es. Er ist down. Dieser Stoppestun ist echt nervig. Egal ey, der Heal ist so okay. Oh mein Gott. Sei froh, dass du dich getroffen hast. Ja, irgendwie schon, ja. Euer Gegner hat eine Festung im Erdboden gleich gemacht. Diablo kann heilen? Hm? Der hat 3.000 geheilt. Ich selbst. Ich selbst. Okay, einfach fortnehmen. Hörer schreien, wir haben gewonnen. All game covered. Ich mag den Diablo nicht. Ich auch nicht. Egal. Lass einfach wenden dann. Götting. Götting. Gib mir Kraft. Wie soll alle runtergehen? Okay, dann gehe ich eben in die Mitte. Ich gehe top, da müssen sie irgendwo hin. Sofort. Regal geht nach oben. Wir gehen beide hin. Oh, mein Vogel hat voll gut getroffen. Weiter so, Papa. Ah, jemand ist top? Okay. So, schon geht noch ein Schwein. Das war's. Ne, wir tun daran noch gerade noch. Der einfach alle runterkommt. Können, dass wir nichts gemacht haben, was Diablo gesagt hat. Tja, egal was Diablo gesagt hat, wenn wir auf ihn gehört haben, sind wir verreckt. Ich bin Level 5 und habe 500 Gold bekommen. Cool. Was? Ja, 500 Gold. Achso. Level 5. Richtig. So, jetzt soll ich mal F10 mal gucken, ob jetzt meine Aufnahme bended wird. Und das Spiel, oder nur die Aufnahme. Also ich sag mal tschüdüdü.